Nummer 4 Diese Packung enthält 6 Gourmet-Suppenteller mit einem Durchmesser von 26 cm. Ausgezeichnetes Produkt Die Teller bringen Schlichtheit und Eleganz auf ihren Tisch. Spülmaschinenfest Originelle Geschenkidee für alle, die einen raffinierten Tisch lieben. Den Link zu diesem Artikel finden Sie in der Beschreibung. Nummer 3 Set aus 6 Gourmet-Suppentellern mit innovativem Design Sie sind aus mattem Schiefer gefertigt und verleihen ihrem Tisch einen Hauch von Originalität. Ideal für Pasta-Liebhaber Der breite Rand des Tellers und die optimale Tiefe ermöglichen den Genuss aller Arten von Pasta. Dank der handlichen, stapelbaren und stoßfesten Form auch für Restaurants geeignet. Spülmaschinen und Mikrowellenfest Wenn Sie den Preis für dieses Produkt wissen möchten, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung. Nummer 2 Dieses 12-teilige Porzellanset ist aus einer orientalischen Inspiration heraus entstanden. Originelle und kräftige Farben, die dem Tisch eine starke Persönlichkeit verleihen und das Gefühl von Freiheit und Entspannung vermitteln, das sich einstellt, wenn man dem hektischen Alltag entrückt ist. Trendige Texturen und Schattierungen, die eine starke visuelle Wirkung haben. Das Set ist für vier Personen und enthält Schalen, Teller und Desserteller. Ein wertvoller Materialeffekt, der den warmen Stil von Keramik beibehält und gleichzeitig die Stärke und Qualität des Kochens bei hohen Temperaturen bietet. Spülmaschinenfest Den Link zu diesem Produkt finden Sie am Ende der Beschreibung. Wenn Sie an diesem Produkt interessiert sind oder den Preis wissen wollen, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung. Nummer 1 Exklusiv für Antonino Cannavacciolo hergestelltes Porzellangeschirr Dieses Set für zwei Personen enthält vier verschiedene Arten von Tellern, die für verschiedene Gänge geeignet sind, insgesamt also acht Teller. Zwei flache Teller für Vorspeisen, zwei Suppenteller mit Schnitzereien für erste Gänge, zwei Teller für zweite Gänge und zwei flache Teller für Desserts. Das Set ist spülmaschinenfest. Mit diesem Teller-Set wird es noch einfacher, den Tisch mit Stil und Eleganz zu decken. Originelle Geschenkidee Sie können den Preis dieses Artikels sehen, indem Sie auf den Link in der Beschreibung klicken. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020